Musik Im Schönbrunner Stöckel präsentierten Konstantin Schenk und Tamara Trojani einen ganz besonderen Abend. Pasta Diva ist der Titel der interessanten Musikvorführung im Dinnertheater. Ich bin ja vor Lachen vom Sessel gefallen. Wie ich gehört habe, das Programm heißt Pasta Diva. Denn die große Aria der Norma ist Casta Diva. Ich habe die sehr cool verlacht. Da geht es um die Diven, was sie so gerne gegessen haben. Über die Zicken-Diven auch. Und wie die Valentin Dietrich zum Beispiel gesagt hat, irgendwann einmal im Leben muss ich jede Frau entscheiden, Gesicht oder die Sitzfläche. Wofür hast du dich entschieden, Tamara? In der Musik steckt so viel Interessantes, so viel Lustiges und steckt auch viel Nachdenkliches. Und diese Mischung aus allem, ich glaube, das ist die Pasta Diva. Und alle Komponisten haben sie gern gegessen und gut gegessen. Vielen Dank.